Wir beherrschen ein jahrtausendealtes Verfahren. Die Kunst, Ideen eine Form zu geben. Seit 1969 bieten wir bei Tübinger Stahlfeinguss maßgeschneiderte Lösungen für Stahlfeinguss nach dem Wachsausschmelzverfahren. TSF, Europas schnellster Feingießer. Vom Prototyp bis zur Großserie. Alles aus einer Hand. Offene Schnittstellen, smarte Dienstleistungen und modernste Automatisierungslösungen machen es unseren Kunden leicht komplexe Produkte in Rekordzeit zu testen. Jahrelanges Know-how, partnerschaftliche Zusammenarbeit umgesetzt durch unsere motivierten Mitarbeiter sorgen für Innovation und Präzision bei allen Herstellungsschritten. Automatisierte Fertigungsprozesse machen die Erstellung der Gussform effizient und schnell. Modernste Robotik sorgt für optimierte Durchlaufzeiten, höchste Prozesssicherheit und Qualität. Basis für die Wirtschaftlichkeit unserer Kunden. Die Qualität eines Gussteils hängt unmittelbar von der Reinheit der Legierungsbestandteile ab. Deshalb verarbeiten wir ausschließlich sortenreine und qualitativ hochwertige Werkstoffe und Legierungselemente. Jede Gusscharge wird für unsere Kunden einer chemischen Analyse unterzogen und alle Prüfergebnisse lückenlos dokumentiert. Das gewährleistet ein Höchstmaß an Qualität, für die TSF seit über 50 Jahren steht. Stahlfeinguss ist unsere Leidenschaft. Die Leidenschaft, Materie zu beherrschen und ihr eine Form zu geben. Ein Versuch. Ein Ziel. Das perfekte Gussteil. Gegossen. In Serie. Bis zum Ende steht volle Aufmerksamkeit und Liebe fürs Detail. Dann gehen die Gussteile von TSF in alle Welt. Die Idee ist Form geworden. Funktional. Präzise. Vollendet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017